Julian, ist alles in Ordnung? Äh, ja, sorry. Ich hab nur momentan wieder diese Schlafprobleme und... Auch mich zu konzentrieren ist wieder schwieriger als sonst schon. Also, richtig furchtbar. Okay, das ist ja an sich nichts mehr Neues. Hast du eine Idee, warum es so viel schlimmer wird? Nein, nicht wirklich. Also, eigentlich ist ja in letzter Zeit alles besser geworden, aber... Ja, dann nach einer Weile ging's wieder abwärts. Ich hab auch wieder diese Antriebslosigkeit und... Fühl mich einfach isoliert von allem. Hm, ja, das klingt wieder nach einer depressiven Episode. Ja, scheint wohl so. Oh, unsere Zeit ist leider vorbei. Hast du mir noch was zu sagen oder möchtest du mir noch was sagen? Eigentlich nichts, nein. Justeinnen. Ja, ich bin nicht... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020